Und ich muss auch nicht tanzen dazu. Nein. Das ist schon mal gut. Das kann der Heiner ja oder so damit Musik untermalen. Aber für mich macht er das bestimmt nicht. Zumindest unmenschlich. Ja, Frau Lohler, wie sieht das aus mit meinem Zuhause? Mit deinem neuen Zuhause. Ja, cool, ne? Schöner Boden.